Ich hab's gewusst. Irgendwann stehen wir uns vor der Tür, die Sachsen. Italienische Reise von Gödel? Das ist unser Kampass. Das geht doch nicht, das ist doch ungezogen! Das kann doch nicht wahr sein, komm mal! Und wenn er nach mir abgefahren soll, muss er das aushalten. Jacqueline! Das ist mein Auto! Hast du mal Feuer? Nee. Komm Papa, fahr mal wieder heben. Wie kann einer, der angeblich nichts zum Fressen hat, wie kann der so viel Scheißen? Das heißt, wir führen aber sofort! Wir machen mal ein Foto, Jacqueline. Wovon denn? Wir fallen von Rom, Mensch. Mensch! Entschuldigung! Mama! Mama! Jacqueline! Wovon! In Bitterfeld ist es jetzt zehn nach sieben. Wovon! 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 Wovon!